Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Aktuell. Mein Name ist Daniel und ab jetzt gibt es auf diesem Kanal Vorberichte, Nachberichte, News und alles weitere rund um unseren Verein. Das bedeutet, vor jedem Spiel erfährst du nun, wo genau wir spielen, wie die Mannschaft spielt, wer kommt neu dazu, wer fehlt eventuell und alles Wichtige zum Spiel, damit du perfekt am Spieltag vorbereitet bist. Nach dem Spiel bekommst du dann einen Nachbericht, was ist passiert, wie ist es passiert, warum ist es so passiert, was war gut, was war schlecht, alles aus der Sicht eines Fans. Dass unser Verein nicht der ruhigste ist, dass es immer wieder neue Themen gibt, die wir besprechen können, das weißt du wahrscheinlich genauso gut wie ich, das bedeutet, wir haben hier immer wieder Dinge, die wir ansprechen können und über die wir einfach mal gemeinsam im Dialog sprechen können, was deine Meinung ist und was natürlich meine ist. Ganz wichtig, diese Videos entstehen als Fan, das bedeutet, ich bin ein Fan seit über 20 Jahren, Mitglied, bin bei jedem Heim- und Auswärtsspiel, mache auch Stadionberichte auf einem anderen Fußballkanal. Hier ist also nicht rein analysetechnisch getrieben alles und rein statistisch und rein irgendwie objektiv, nein, das kommt aus dem Herzen direkt von einem Fan für Fans. Und wenn du also Bock hast, meine Reise zu begleiten und gleichzeitig um unseren Verein immer gut informiert sein möchtest, dann abonnier doch unbedingt diesen Kanal. A один Tag des clusters Bes comptes A1 A5